Die Republik rüstet sich. Auf einem Rübenacker im Stuttgarter Norden entsteht ein neues Gerichtsgebäude, wie es das Land noch nicht gesehen hat. Für 12 Millionen Mark baut der Bund eine Mehrzweckhalle. Denn hier soll er in Kürze stattfinden. Der Mammutprozess gegen die vermeintlich gefährlichsten Gefangenen der Republik. Gegen die Führungsriege der Rote Armee Fraktion. Es sind Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Jan Karl Raspe und Ulrike Meinhof. Stacheldraht und hohe Mauern sollen eine Befreiungsaktion verhindern. Bewacht wird das Gebäude von Sondertrupps der Grenzpolizei mit doppelten Sicherheitsschleusen und Scharfschützen. Die Errichtung eines besonderen Gebäudes für einen einzelnen Strafprozess mit der Begründung, alles andere ist nicht sicher, eines Gebäudes, das direkt neben dem Gefängnis in Stammheim errichtet worden ist, das war schon sehr befremdlich und exotisch. Als ich dann etwas näher von diesen Plänen erfuhr und auch die ersten Teile dieses Baues gesehen habe, war das für mich eine in Beton gegossene Vorverurteilung. Im April 1974 werden die ersten Untersuchungshäftlinge der RAF hierher verlegt. Eingeflogen aus verschiedenen Haftanstalten, überwacht von Hundertschaften der Polizei. Zuerst Gudrun Ensslin. Gefolgt von Ulrike Meinhof. Ein halbes Jahr später dann Andreas Bader und Jan Karl Raspe. Auch die benachbarte Justizvollzugsanstalt wird zum Hochsicherheitsgefängnis. Für die Untersuchungshäftlinge wird ein Sondertrakt eingerichtet, der sogenannte siebte Stock. Sie gelten als Staatsfeinde Nummer eins. Ermittelt wird gegen sie wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs. Es waren gefährliche Leute, und zwar außerordentlich gefährliche Leute, die auch gar nie ein Hehl daraus gemacht haben. Aus ihren Absichten, die auch nie ein Hehl daraus gemacht haben, dass sie jede Gelegenheit nutzen würden in irgendeiner Weise. Wir mussten mit Geißelnamen und allem rechnen. Die Häftlinge werden gemeinsam auf einem Flur untergebracht. Ein Novum in der Geschichte des deutschen Strafvollzugs. Dort wurde dann für den Vollzug mit zwei eisernen Grundsätzen des Untersuchungsrechts gebrochen, nämlich dass Frauen und Männer getrennt unterzubringen sind. Und auch, dass Mittäter nicht in ein und derselben Haftanstalt untergebracht werden, damit sie sich halt nicht verständigen können im Vorfeld. So kommt es zu einer Zellenbelegung im siebten Stock wie folgt. In Zelle 719 zieht Andreas Bader ein. Sein Flurnachbar ist Jan Karl Raspe in Zelle 716. Gegenüber die Zellen der Frauen. Ulrike Meinhof sitzt in 725, Gudrun Ensslin in Nummer 720. Rund um die Uhr wird der Flur von einer Sicherheitskanzel ausbewacht. Außerdem gibt es Besucherzellen für Besprechungen mit den Anwälten. Schon nach kurzer Zeit bildet sich unter den Häftlingen eine klare Hierarchie. Bader war für mich ein äußerst unangenehmer, despotischer, herrischer, aber auch in seinem Auftreten, in der Art wie er sich geäußert hat, auch brutaler und perfider Typ. Aber er war ein ausgesprochener Machtmensch. Er hatte das Sagen. Und wenn man mit denen oben gesprochen hat, dann hat Bader gesprochen. Die anderen standen einen Schritt weiter zurück und haben nicht gesprochen. Nach massiver Kritik an den Haftbedingungen werden den Terroristen weitreichende Privilegien gewährt. Plattenspieler und Radio in den Zellen, auch Bücher und Zeitschriften sind erlaubt. Dass die alle Wünsche erfüllt bekamen, was Bücher, Zeitungen anging, dass sie selbstverständlich Fernsehen und Rundfunk sehen und hören konnten. Ja, also das war eigentlich eine gewisse Ungerechtigkeit gegenüber normalen Häftlingen. Mehrere Stunden am Tag treffen sich die Inhaftierten zur gemeinsamen Prozessvorbereitung im Flur des siebten Stocks oder auf der eigens für sie eingerichteten Terrasse. Bis zu acht Stunden können sie hier gemeinsam verbringen. Auch das widerspricht jeglichem in der Justiz üblichen Vorgehen, denn im Allgemeinen werden Leute, die gemeinsam angeklagt sind, getrennt, um Absprachen zu vermeiden. Hier war vom Gericht angeordnet, dass die also jeden Tag stundenlang zusammensitzen konnten, um ihre Prozessstrategie nun zu besprechen. Zur Prozessvorbereitung werden die Inhaftierten regelmäßig besucht von ihren Anwälten. Die gemeinsam verübten Straftaten sollen auch gemeinsam verteidigt werden. Die prominentesten Köpfe unter ihnen. Klaus Croissant, Vertrauensanwalt von Andreas Bader. Kurt Gronewold, ebenfalls Anwalt von Bader. Rudrun Ensslin wird von Otto Schiele und Hans-Christian Ströbele verteidigt. Und Rupert von Plottnitz, er vertritt Jan Karl Raspe. Die Anwälte entwickeln ein Netzwerk für Informationen für Verteidiger und Angeklagte. Das sogenannte Infosystem. Die waren permanent auf Achse, um RAF-Mitglieder in den Gefängnissen zu besuchen, um sie zu unterstützen. Und dabei sind natürlich Informationen aufgegriffen worden und weiterverbreitet worden. Und ohne dieses Infosystem, das von den Anwälten eigentlich letztlich gemanagt worden ist, ohne dieses Infosystem hätte die RAF keine Binnenkommunikation aufrechterhalten können. Zentrale des Infosystems sind die Kanzleien von Kurt Gronewold in Hamburg und von Klaus Croissant in Stuttgart. Es funktionierte so, dass jeder Häftling seine Informationen, seine Überlegungen zu Papier brachte. Diese Papiere wurden dann von Anwälten abgeholt oder Anwälte geschickt und dann zusammengefasst in Hamburg, in einer Rechtsanwaltskanzlei in der Osterstraße und dann wieder verteilt an die einzelnen Häftlinge. Da ging es also darum, dass über zwei Dutzend Personen auf diese Art und Weise mit Informationen unterrichtet wurden. So großzügig die Bedingungen in Stammheim auch sind, nach außen propagieren die Häftlinge Schlagwörter wie Isolationsfolter und Vernichtungshaft. Der Staat wolle die Gefangenen durch völlige Abschirmung von der Außenwelt nach und nach zerstören. Sie behaupteten, die Haftbedingungen seien unmenschlich, seien grausam. Die Angeklagten würden isoliert, gefoltert und sollten gar liquidiert werden. Das Thema Haftbedingungen mobilisiert neue Unterstützer. Gruppen wie die Rote Hilfe entstehen, betreuen Gefangene und demonstrieren für einen erleichterten Strafvollzug. Es ging eigentlich nur noch um den Opferstatus der Häftlinge, um die Praxis in den Haftanstalten, um die unsäglich lange Untersuchungshaft und die Verhältnisse, die Zustände direkt vor Gerichten im jeweiligen Verfahren. Aber es ging nicht mehr darum, um irgendein Ziel anzuvisieren, das außerhalb dieser eigenen Belange lag. Insofern ist die RAF geradezu autistisch gewesen. Der Begriff Isolationsfolter stammt aus der Zeit vor der Zusammenlegung der RAFler in Stammheim. Aus der Zeit, in der Häftlinge in den Gefängnissen tatsächlich streng isoliert wurden. Nach ihrer Festnahme 72 sitzt Ulrike Meinhof für acht Monate in Köln-Ossendorf ein, in einem Seitenflügel des Gebäudes. Kein Geräusch dringt zu ihr durch. 24 Stunden am Tag gleißendes Neonlicht. Meinhof fürchtet, den Verstand zu verlieren, spricht von weißer Folter. Wir haben uns nachher erhebliche Vorwürfe gemacht, dass wir sehr, sehr lange gebraucht haben, zu verstehen, dass diese Haftbedingungen, die die Gefangenen uns ja immer schilderten, tatsächlich der Grund für ihre Leiden sind, für ihre Krankheit, die sie hatten. Mir ist zum Beispiel auch dann später, als Ulrike Meinhof auch in diesem Gefängnis war, von ihr ganz massiv vorgeworfen worden, warum hast du das nicht gesehen und hast nicht viel früher Alarm gerufen? Nach ihrer Verhaftung schwört die Führungsriege der RAF, den politischen Kampf aus den Gefängnissen fortzuführen. Der eigene Körper soll zur Waffe werden. Hungerstreik, um Forderungen durchzusetzen. Hungerstreik ist Kampf. Das bedeutete auch, du kannst dir nicht aussuchen, ob du mithungerst oder nicht. Es wurde von jedem erwartet, weil man hatte ja einen gemeinsamen Kampf zu führen, dass er da mitmachte. Und wenn Leute aussteigen wollten, wurden sie massivst unter Druck gesetzt. Das war die Rede auch von Verrat. Also es war nicht die Entscheidung des einzelnen Häftlings, ob er da mitmachen will oder nicht, sondern man erwartete, das Wort war Solidarität, dass alle mitmachten. Anwälte übermitteln Bader und Ensslin das jeweilige Gewicht der Hungernden. Wessen Gewichtskurve nicht schnell genug sinkt, wird unter Druck gesetzt. Besonders drastisch verläuft der dritte Hungerstreik 74. In verschiedenen Gefängnissen verweigern Häftlinge die Nahrung, müssen zwangsernährt werden. Über eine Magensonde wird künstliche Nahrung zugeführt. Oft gegen ihren Willen. Auch die Stammheimer werden zwangsernährt. Man hat den Bader mal gefragt, ob man eigentlich die Fesselung sich nicht ersparen könnte, aber das war für ihn die Dokumentation, dass das gegen seinen Willen geschehen. Da hat er mehr drauf gelegt. Aber der Hungerstreik war ja ein Propagandamittel von denen, die wollten ja nicht verhungern. Mit einer PR-Aktion versuchen die Stammheimer, dem Hungerstreik eine breitere Öffentlichkeit zu verschaffen. Sie laden den wohl berühmtesten Philosophen seiner Zeit ein, Jean-Paul Sartre. Von ihm erhoffen sie sich Unterstützung in ihrem revolutionären Anliegen. Die Weltpresse schaut an diesem Tag auf Stammheim. In einer Besucherzelle im siebten Stock unterhalten sich der Philosoph und Bader. Doch sie finden nicht richtig zueinander. Es gibt eine Darstellung, dass man nachher, dass jemand den Sartre gefragt hat, was halten Sie denn von der Person von Andreas Bader? Und da soll er gesagt haben, ein Arschloch. Das ist nicht meine Wortwahl. In der anschließenden Pressekonferenz bestätigt Sartre die angeblich verheerenden Haftbedingungen. Später stellt sich heraus, dass er die Situation völlig missverstanden hat. Er hat gesagt, der Andreas Bader, der lebt in einer Zelle, da gibt es nur einen Stuhl und einen Tisch. Das war natürlich die Besuchszelle und nicht die Haftzelle von Andreas Bader. Propagandistisch wirksamer als der Sartre-Besuch ist der Tod eines Häftlings im November 1974. Nach 58 Tagen Hungerstreik stirbt RAF-Mitglied Holger Mainz. Zum Zeitpunkt seines Todes wiegt er gerade noch 39 Kilo. Holger Mainz gilt seit 1970 als Mitglied der RAF. In den Jahren zuvor beteiligt er sich an Aktionen linker Studenten und fällt vor allem durch einen Film auf, den er im Rahmen seines Studiums dreht. Wie baue ich einen Molotow-Cocktail? Die Anleitung für das Bauen eines Brandsatzes. 1972 wird er in Frankfurt verhaftet. Auch ihm soll in Stammheim der Prozess gemacht werden. Doch noch vor seiner Verlegung ist Mainz tot. Mainz stirbt an einem Wochenende. Trotz des kritischen Zustands des Häftlings war der Gefängnisarzt verreist. Es wird diskutiert, ob die Justiz eine Mitschuld am Tod des Hungerstreikenden trifft. So verharzte und verhärtete Verhältnisse, dass man da jemandem, der so unter den Folgen eines Hungerstreiks leidet, dass er ins Koma gerät und dann ist kein Anstaltsarzt da und niemand da, der sagt, den müssen wir jetzt intensivmedizinisch versorgen lassen, damit er nicht stirbt. Und das hat natürlich damals schon auch zu Recht die Leute aufgebracht. Der Tod von Holger Mainz führt zu bundesweiten Protesten mit tausenden von Teilnehmern. Vor allem das Foto des ausgezehrten Toten wird zum Propagandamittel der RAF. Mainz tot scheint der Beweis, wie der Staat mit seinen Gegnern umgeht. Nie zuvor und nie mehr danach konnte die RAF so viele Unterstützer mobilisieren. Viele von ihnen gehen später selbst in die RAF. Im November 1974 wird Holger Mainz beerdigt. Der Trauerzug wird zum Protestzug. Mit dabei linke Prominenz wie Rechtsanwalt Otto Schily oder der ehemalige Studentenführer Rudi Dutschke, der dem Toten ein letztes Versprechen mit auf den Weg gibt. Holger, der Kampf geht weiter. Ein Ausruf, der von vielen als Aufforderung für weitere Aktionen verstanden wird. Nur 28 Stunden nach dem Tod von Holger Mainz machen sich Mitglieder der Bewegung 2. Juni auf den Weg ins Berliner Westend. Mit einem Blumenstrauß im Arm klingen sie beim Präsidenten des Berliner Kammergerichts, Günther von Drenkmann. Drenkmann ist Zivilrichter, hat mit Strafsachen gegen Terroristen nicht das Geringste zu tun. Allein Angehöriger der Justiz zu sein, macht ihn zum geeigneten Opfer. Die Justiz war im Grunde genommen eine Art von Hassobjekt, von Anfang an. Und zwar der RAF wie der Bewegung 2. Juni. Das sticht wirklich hervor und spielt dann später ja eine Rolle, eine besondere Rolle durch die Ermordung von Günther von Drenkmann, dem Kammergerichtspräsidenten in Berlin. Der Richter erkennt die Lage und wehrt sich. Bei der Rangelei löst sich ein Schuss aus der Waffe der Eindringlinge und trifft Drenkmann tödlich. Wenige Monate später kommt es zur nächsten Aktion von Linksterroristen in Berlin. Es ist Wahlkampf. Die SPD macht Stimmung gegen CDU-Kandidat Peter Lorenz. Ein Flugblatt der Berliner CDU. Dicke Überschrift, Berliner leben gefährlich. Der Peter Lorenz, nämlich das ist der freundliche Herr hier mit der Hornbrille, der das verantwortet, diesen Unfug. Der muss sich offenbar nachts in seiner Wohnung ängstigen, nicht so. Die spöttischen Worte Helmut Schmitz werden zur bitteren Wahrheit. Drei Tage vor der Wahl lässt sich Lorenz von seinem Chauffeur ins Büro fahren. Nur wenige Meter von seinem Haus wird er von einem querstehenden LKW zum Anhalten gezwungen. Ein PKW rammt das Auto von der Seite. Lorenz' Fahrer wird niedergeschlagen, der Politiker verschleppt. Einzige Indizien am Tatort, die Brille des Entführten und eine Betäubungsspritze. Sofort setzt die Großfahndung der Polizei ein. Durch Straßensperren und Fahrzeugkontrollen will man die Entführer finden. Eine Notruf-Hotline für eingehende Hinweise wird eingerichtet. 24 Stunden später geht beim Berliner Büro der DPA ein Foto ein. Es zeigt Peter Lorenz. Die Bewegung 2. Juni, eine der RAF nahestehende linksextreme Gruppierung, hat den Politiker in ihrer Gewalt. Die Entführer erklären die Auswahl ihres Opfers. Für sie ist Lorenz ein Vertreter der Reaktionäre und der Bonzen, verantwortlich für Akkordhetze und Bespitzelung am Arbeitsplatz. Die Geiselnehmer fordern die Freilassung von fünf inhaftierten Terroristen. Außerdem sollen ein Flugzeug und ein Betrag von 20.000 Mark pro Häftling bereitgestellt werden. In Bonn kommt der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. Ein Freipressungsversuch durch Linksextreme, das hat es bislang noch nicht gegeben. Es war eine Entführung eines Berliner Politikers, Lorenz, Bürgermeister der Stadt Berlin. Und da kam zum ersten Mal eine Herausforderung auf die Politiker zu. Wie gehen sie damit um? Geben sie den Forderungen nach oder nicht? Schnell bilden sich zwei Fraktionen. Die Konservativen plädieren für den Austausch. Die SPD will unnachgiebig bleiben. Ich habe schon damals gesagt, wenn wir diese fünf entlassen, dann retten wir das Leben von Herrn Lorenz. Aber wir verursachen dadurch den Tod von Menschen, die wir noch nicht identifizieren können. Denn die Freigepressten gehen ja nicht in den Ruhestand oder absentieren sich, sondern sie setzen ihre Aktivitäten fort. Nach langen Debatten setzen sich die Konservativen durch. Den Forderungen der Entführer wird stattgegeben. Aus verschiedenen Haftanstalten werden die Freigepressten nach Frankfurt geflogen. Hier steht eine Lufthansa-Maschine für die fünf Mitglieder der Bewegung 2. Juni bereit. Am Nachmittag verlässt das Flugzeug Frankfurt mit unbekanntem Ziel. Am Abend ist klar, angepeilter Wunschort ist Aden, im Südjemen. Einen Tag nach der Freipressung meldet sich Peter Lorenz aus einer Telefonzelle bei seiner Frau. Er ist wieder frei. Fünfeinhalb Tage saß er im Keller eines Ladenlokals in Kreuzberg, im sogenannten Volksgefängnis. Es ist eine Geiselnahme mit unblutigem Ende. Doch der Staat hat nachgegeben. Und so wird der Fall Lorenz zur Blaupause weiterer Entführungsversuche von Terroristen. Die Lorenz-Entführung hatte natürlich für ein besonderes Image gesorgt. Für das Image, man kann terroristisch handeln, ohne jemanden zu verletzen, geschweige denn töten zu müssen. Und er erreicht damit seine Ziele, nämlich Gefangene freizupressen. Das ist es eigentlich. Das war sozusagen das Optimum dessen, was die RAF die ganze Zeit versucht hatte, aber was ihr nicht gelungen war. Und das gelang nun der befreundeten oder der rivalisierenden Organisation Bewegung 2. Juni. Und insofern waren damit Nachfolgetaten eigentlich vorprogrammiert. Nachdem der Bewegung 2. Juni die Freipressung gelungen war, macht Andreas Bader Druck. Bader forderte unablässig über Post, später auch Kassiber, die geschmuggelt wurden, draußen endlich Aktionen, eine erfolgreiche Aktion, nämlich, dass er befreit werden wollte, dass er befreit werden sollte. Und dann gab es verschiedene Leute, die sich dem annahmen, die draußen halt anfingen zu organisieren. Am 24. April 1975 stürmt das Kommando Holger Mainz die deutsche Botschaft in Stockholm und nimmt 14 Geiseln. Gefordert wird die Freilassung der vier Stammheimer sowie 23 weitere Häftlinge der RAF. Die Aktion soll nach dem Vorbild der Lorenz-Entführung ablaufen. Auch diesmal sollen die Inhaftierten ausgeflogen werden, an einen Ort ihrer Wahl. Die Geisel Andreas von Mierbach soll per Telefon die schwedische Polizei zum Abzug bewegen. Doch die Polizei bleibt im Gebäude. Von Mierbach wird niedergeschossen. Wieder tagt in Bonn der Krisenstab. Man hat aus dem Verlorens gelernt. Bundeskanzler Helmut Schmidt bleibt hart. Ein Austausch der Geiseln findet nicht statt. Der Staat ist nicht erpressbar, darf sich nicht erpressbar zeigen, weil das ja auch Nachfolgewirkungen haben könnte, haben würde, nach damaliger Meinung. Rechtsstaat ist nicht erpressbar. Am Abend erschießt das RAF-Kommando eine zweite Geisel, den Wirtschaftsreferenten Heinz Hillegard, und droht, jede Stunde eine weitere Person zu töten. Kurz vor Mitternacht erschüttert eine Detonation das Botschaftsgebäude. Es brennt lichterloh. Es gab ein riesiges Beben, es gab einen mordsmäßigen Knall, es brannte. Die Geiseln sind einfach losgelaufen, die Mitglieder des RAF-Kommandos waren benommen, hatten dann auch nichts mehr gemacht und es sind hier alle ins Freie gelaufen, die Geiseln. Und als die RAF-Mitglieder hinterher kamen, liefen sie der Polizei genau in die Hände. Die von den Terroristen angebrachte Sprengladung detoniert unkontrolliert. Sie ziehen sich schwere Verletzungen zu. Einer von ihnen stirbt noch vor Ort. Die Freipressungsaktion für die Stammheimer Häftlinge, sie ist gescheitert. In Deutschland rüstet man sich für den Prozessbeginn gegen die führenden Köpfe der Bader-Meinhof-Gruppe. Der Bundestag verabschiedet ein Bündel von Sondergesetzen, die den Prozessverlauf erleichtern sollen. Die rechtsstaatlichen Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus müssen voll ausgeschöpft und wenn nötig ergänzt werden. Von staatlicher Seite wollte man natürlich den Eindruck verhindern, dass man es mit einem schwachen Staat, mit einem nicht wehrhaften Staat zu tun haben würde. Man wollte sich von den Angeklagten nicht auf dem Kopf herumtanzen lassen. Das war ganz klar. Aber man war auch bemüht, dieses Verfahren in einer geplanten, überschaubaren Weise über die Bühne zu kriegen. Die Sondergesetze sehen vor, die Höchstzahl der Wahlverteidiger auf drei zu begrenzen, Mehrfachverteidigung zu untersagen, den Ausschluss von Verteidigern vom Verfahren zu ermöglichen und eine Verhandlung auch ohne Angeklagte bei verschuldeter Verhandlungsunfähigkeit, wie durch einen Hungerstreik, weiterführen zu können. In diesen Gesetzen ging es durchweg darum, die Verteidigungsmöglichkeiten von Angeklagten, Angeklagten dieses Typus zu reduzieren und die Möglichkeiten und Aktionsmöglichkeiten ihrer Verteidigerinnen und Verteidiger. Ganz konkret haben die neuen Gesetze den Ausschluss der Anwälte Christian Ströbele, Kurt Grunewoldt und Klaus Croissant zur Folge. Wir haben uns nun dagegen gewehrt in Beschwerden und bis zum Bundesgerichtshof, aber das wurde abgelehnt, sodass mein Ausschluss von dem Verfahren in Stuttgart-Stammheim wirksam wurde, ich glaube fünf Tage oder sieben Tage vor Beginn des Prozesses. Andreas Bader stand in dem Prozess ohne Verteidiger seines Vertrauens. Für die Anwälte sind die Sondergesetze ein bewusst eingesetztes Instrument des Staates, die Position der Häftlinge zu schwächen. Der Ausschluss der Verteidiger ist deshalb die letzte Stufe in der Vernichtungsstrategie gegen die Gefangenen aus der RAF. Grund des Ausschlusses? Die Ermittlungsbehörden vermuten, die Anwälte transportierten über ihr Infosystem Nachrichten der Stammheimer an Gesinnungsgenossen draußen. Nachrichten, die zur Planung weiterer Straftaten anleiten. Es war für uns eine Situation, die eigentlich geradezu Kafkaesque war. Wir wussten, dass da oben der Kopf einer Verbrecherbande sitzt, dass die jeden Tag zusammensitzen und auch aushäcken, was man unternehmen könnte, um vor allem nun erstes Ziel war, sie zu befreien. Big Raushole haben sie das genannt. Und das haben wir beobachtet. Wir wussten, dass das, was da oben ausgeheckt wird, an die entsprechenden Personen gelangt. Und das mussten wir so sehnenarges hinnehmen. Das ist eine Situation, die ist im Grunde unerträglich. Nach fast zweijähriger Vorbereitung wird am 21. Mai 75 der Prozess gegen die Bader-Meinhof-Gruppe eröffnet. Pressevertreter aus der ganzen Welt belagern den Vorhof des Gerichtsgebäudes. Auch die deutsche Öffentlichkeit nimmt reger Anteil am anstehenden Verfahren. Es ist so viel darüber schon gesprochen worden und über das fatale Benehmen auch von den Angeklagten. Da wollte ich mal sehen, wie weit das nun wirklich der Fall ist. Ich halte es für wesentlich, darüber Bescheid zu wissen, auch die Informationen zu verbreiten, weil es gefährliche Tendenzen sind, die sich hier zeigen. Die Kontrollen sind streng. Wer ins Gebäude will, muss sich einer akribischen Untersuchung unterziehen. Pässe werden kopiert, Besucher mit Detektoren nach gefährlichen Gegenständen untersucht. Man musste durchschleusen, man musste ausgeklügelte Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen. Da gab es dann auch absurde Debatten im Gerichtssaal, wie weit diese Sicherheitskontrollen gehen dürfen. Darf man vom Verteidiger verlangen, sein Hosenlatz zu öffnen? Der Prozessstoff ist immens, umfasst 170 Aktenordner mit insgesamt 50.000 Seiten. Allein die Anklageschrift ist 354 Seiten lang. Fast 1000 Zeugen und Sachverständige sind geladen. Hunderte Indizien und Beweisstücke vorbereitet. Zusammengestellt aus den zahlreichen Anschlägen und Attentaten der Bader-Meinhof-Gruppe. Die politische Bedeutung des Verfahrens ist groß. Der Vorsitzende Richter Prinzing versucht im Vorfeld eine Beruhigung der Lage. Wenn bei den Besonderheiten immer danach gefragt wird, ob es sich um einen politischen Prozess handele, so kann ich nur sagen, der Senat betrachtet den Fall als ein normales Strafverfahren, das sich streng nach den Regeln unseres Verfahrensrechtes abspielen soll. Wir haben deswegen darauf zu achten, dass die Rechte der Angeklagten nicht beschnitten, aber auch von keiner Seite missbraucht werden. Vor allem die Angeklagten werden mit Spannung erwartet. An jedem Verhandlungstag werden sie von der benachbarten Justizvollzugsanstalt zum Gerichtsgebäude gefahren. Im Vorfeld wurde viel über die Frage nach einem fairen Verfahren hier in Stammheim diskutiert. Immerhin hatte die Bader-Meinhof-Gruppe dem Staat den Krieg erklärt. Einen historischen Prozess dieses Ausmaßes hat es seit den Auschwitz-Prozessen 1963 nicht gegeben. Dementsprechend groß ist das öffentliche Interesse. Doch Kameras im Gerichtssaal sind während der Verhandlung verboten. Drinnen durfte nur gezeichnet werden. Bestenfalls konnte man die Sicherungsvorkehrungen drehen. Und der Rest, den musste dann der Reporter auch zum Teil einfach mit seinen eigenen Worten vor dem Gebäude stehend dann aufsagen. Auf die Sekunde genau um 9 Uhr werden die Angeklagten in den Gerichtssaal geführt. Zuerst Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin, danach Bader und Raspe. Zum ersten Mal können sich die Zuschauer im Gericht ein eigenes Bild von den Angeklagten machen. Als Hilfe für die Protokollanten wird das Verfahren auf Tonband aufgezeichnet. Aber juristische Kategorisierungen sind nur kodifizierter Ausdruck realer Machtverhältnisse. Dass ein Mädchen, das eine starke politische Identität hatte, nicht mehr die Willensentscheidung aufbringen konnte, den Saar zu verlassen, obwohl sie das wollte und unter den Tisch gekrochen ist wie ein Hund. Er nuschelte. Das hatte leicht etwas Komisches an sich, auf jeden Fall. Man verstand ihn dann manchmal schwer. Und so ein richtiger Revolutionsheld wie aus dem Kino, der spricht natürlich anders und nuschelt nicht so vorgebeugt in sein Mikrofon hinein. Revolutionäre Politik ist die Negation der Politik des Kapitals. Was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand. Von Inslin haben wir einen sehr intellektuellen, sehr kalten Eindruck. Das ist Folter, exakt Folter. Es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Entweder... Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsansatz zu sehen. Sie bringt einen Gefangenen zum Streiten, zum Schweigen, das heißt man stoppt daran, oder sie bringt einen zum Reden und das ist das Verständnis und der Verrat. Ich weiß noch, dass ich mich, dass ich ein bisschen geschmunzelt habe bei ihrem Versuch mit ihrer Frisur. Sie hatte sich einen einzelnen Zopf geflochten, so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, Glamour ist zu viel gesagt, aber ein bisschen kokettiert hat. Auf eine ganz verschämte Weise, das war so rührend dabei. Natürlich fassen wir unsere Politik nicht in völkerrechtlichen Kategorien. Raspe hat relativ unauffällig gewirkt. Er ist ja auch bis zum Schluss einfach nicht die Hauptfigur gewesen. Bevor die Anklage verlesen werden kann, erfolgen zahlreiche Anträge und Erläuterungen der Inhaftierten, die vor Gericht ihre politische Motivlage darlegen. Immer wieder wird ihnen das Wort entzogen. Für sie ein Beleg für die angeblich faschistischen Methoden der deutschen Justiz. Frau Meinhof ist vom weiteren Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Sie hat durch Zwischenrufe gestört. Bitte Frau Meinhof abzuführen. Das ist unmöglich, Prinzing, in diesem Verfahren hier gegen den nackten Faschismus. Herr Raspe, Sie haben nicht das Wort. Ist denn das Mikrofon eingestellt? Ist das zu Protokoll genommen, das Herr von Plotnitz im Augenblick bemerkte? Heil, Dr. Prinzing. Dieser ganze Faschismusvorwurf, den übrigens die Anwälte ständig auch gegen uns erhoben, wir würden mit, wir seien Faschisten und wir würden mit faschistischen Methoden den Prozess führen. Das war alles reine Polemik, reine Propaganda. Immer wieder machen die Angeklagten deutlich, dass es ihnen im Verfahren nicht allein um Straftaten geht, sondern darum, den deutschen Staat anzuprangern. Und es wird Ihnen auch nicht gelingen, hier einen Prozess durchzuziehen mit falschen Zeugen, mit Polizeikonstruktionen, mit dem ganzen Desaster. Und Sie werden auch nicht vermeiden, dass wir deswegen verantwortungsunfähig sind, weil wir seit dreieinhalb Jahren gefoltert werden. Das werden Sie nicht vom Tisch kriegen. Gemeinsam war Ihnen nur der Hass auf diesen Staat und unsere Gesellschaft und der Wille, diese Gesellschaft zu zerschlagen. Auch die Anwälte schlagen einen rauen Ton an, um dem Anliegen ihrer Mandanten Gehör zu verschaffen. Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Das ist der Punkt. Das ist doch nahezu ein Possenspiel, was Sie bringen. Ein Possenspiel, nennen Sie das? Herr Rechtsinwalt. Ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen? Ich werde es... Dann würde ich sagen, machen Sie ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen. Ich werde es so... Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender. Aber ich möchte Sie bitte nicht stellen. Ich habe Sie ausreden lassen. Lassen Sie mich gütigst auch ausreden. Aber gerade, weil es so schlecht um die Unschuldsvermutung stand und weil alle Vorzeichen auf Verurteilung und Verurteilungsweg gerichtet waren, was die Anklageseite und die Gerichtsseite anging, war es natürlich nötig, massiver als sonst auch sich da für die Interessen der Mandanten einzusetzen. Bis hin auch zu der Bereitschaft, im Zweifel auch einen Vorsitzenden zu widersprechen, der ans Wort abdrehen wollte oder ähnliches. Der Prozess geht nur schleppend voran. Durch die politischen Ausführungen der Angeklagten und die zahlreichen Anträge der Verteidiger dauert es drei Monate, bis die Anklageschrift verlesen werden kann. Wir waren natürlich sehr daran interessiert, endlich zur Sache zu kommen und waren ziemlich verzweifelt und hofften immer auf eine Chance, die Anklage endlich verlesen zu können, um danach in die Beweisaufnahme, also in die eigentliche Sachverhandlung einsteigen zu können. Das war sehr frustrierend. Es wird aber doch von außen her und auch im Prozess der Vorwurf der Prozessverschleppung an Sie gerichtet. Das ist richtig, dass mitunter diese Meinung auftritt, aber ich kann die Meinung eigentlich nur auf Sachunkenntnis zurückführen. Wenn die Verteidigung in diesem Verfahren genötigt war, in erheblich größerem Umfang als es gewöhnlich der Fall ist, auf rechtsstaatliche Mindestbedingungen hinzuwirken, versuchen hinzuwirken, und dann beweist das nur die Ungewöhnlichkeit der Umstände, unter denen dieses Verfahren abläuft. Am 171. Verhandlungstag kommt es zu einem Zwischenfall. Nach dem 84. abgelehnten Befangenheitsantrag gegen Richter Prinzing hat der 85. Erfolg. Ein Ding der Unmöglichkeit, absolutes Ding der Unmöglichkeit. Ich sag schon, es ist für mich schwer vorstellbar, dass ein erfahrener Vorsitzender beim Europar Landesgericht in Stuttgart nicht weiß, was er da tut. Die Begründung des Antrags? Prinzings Versuch einer geheimen Absprache mit einem Pflichtverteidiger. Doch die Nachricht gelangt an die Öffentlichkeit. Prinzing ist nicht zu halten. Beisitzer Voth wird neuer Vorsitzender Richter. Nur wenige Tage später kommt es zu einem erneuten Zwischenfall. In den Besucherzellen der JVA sollen Gespräche zwischen RAF-Häftlingen und ihren Anwälten abgehört worden sein. Die Verteidigung vertritt die Auffassung, dass das, was jetzt als die Krönung, in Anführungsstrichen, einer Vielzahl von Verstößen gegen fundamentale Rechtsgrundsätze im Strafprozess stattgefunden hat. Was jetzt offenkundig geworden ist, dass das nicht mehr reparabel ist. Anlass der Abhöraktion war der dringende Verdacht, dass die inhaftierten RAFler Geiselnahmen und Attentate aus dem Gefängnis heraus steuern könnten. Die Anwälte seien die Überbringer der Pläne an die Unterstützer-Szene außerhalb des Gefängnisses. Ein klarer Rechtsbruch, ein schwerer Verstoß gegen alle rechtsstaatlichen Bestimmungen. Ich habe immer gesagt, in anderen Ländern, etwa in Großbritannien oder in den USA, hätte der Prozess nicht mehr stattfinden können, wenn rausgekommen wäre, dass der Staat, also die Regierung, die Landesregierung wahrscheinlich von Baden-Württemberg, vorher Gespräche zwischen Verteidigern und Angeklagten abgehört hat. Bundesregierung, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz sind an der Aktion beteiligt. Techniker installieren Mikrofone in Besucherzellen im siebten Stock. Nach der Lorenz-Entführung hatte man die Hoffnung, aus den Gesprächen von Plänen für vergleichbare Aktionen zu erfahren. Die Gefängnisleitung in Stammheim kann dem Treiben nur zuschauen. Wir waren nicht diejenigen, die sie ausgeführt haben, die sie geplant haben, aber wir waren eingeweiht. Und in der Situation, wie sie sich uns damals dargestellt hat, hatte ich Verständnis für das Vorbringen derer, die die Situation geplant haben. Wie gesagt, das ist auf relativ hoher Ebene damals entschieden worden. Trotz aller Zwischenfälle, der Prozess läuft weiter. Im Verlauf der Verhandlung machen die Angeklagten eine Wandlung durch, am stärksten wohl Ulrike Meinhof. Irgendwie fing sie an, nicht mehr ganz dazu zu gehören. Das war nicht ohne weiteres an ihren Äußerungen zu merken. Sie hat auch sehr stark polemisiert in ihren Vorträgen, was sie da an Erklärungen abgegeben hat. Trotzdem war es ein bisschen anders. Man merkte auch, dass die Chemie zwischen ihr und Gut und Ensslin, da war irgendwas. Meinhof separiert sich zunehmend, scheint von den anderen Häftlingen regelrecht gemobbt zu werden. Sie wurde wie eine, ja, teilweise schon in einer Art und Weise nun behandelt, die für sich schwer war zu ertragen. Brutal, also es wird sie als Verräterin beschimpft, weil sie ihre bürgerlichen Wurzeln noch nicht ganz ausgerissen habe. Und es war schon eindeutig, dass da oben isoliert war. Doch damit, was in der Nacht zum 9. Mai 76 in Stammheim passiert, hat keiner gerechnet. Für die Wärter im siebten Stock scheint alles normal und unauffällig. Erst beim Öffnen der Zelle am nächsten Morgen macht die Frühschicht die grausige Entdeckung. Ulrike Meinhof hat sich am Fensterkreuz der Zelle erhängt. Aus Handtuchstreifen hat sie sich einen Strick geknotet und am Gitterkreuz aufgeknüpft. RAF oder Tod war die Losung. Und alles, was ans bürgerliche Leben erinnert, das musste radikal ausgemerzt werden, um ein echter RAF-Kämpfer zu sein. Dann blieb er wohl nur noch tot. Die Anwälte behaupten, Ulrike Meinhof ist im Gefängnis ermordet worden. Meinhofs Testamentvollstrecker Klaus Croissant will auf Hinweise gestoßen sein, die einen Staatsmord belegen könnten. Ihm und anderen liegen heute genügend Anhaltspunkte vor, die die Suizidthese der Staatsanwaltschaft infrage stellen. Der Prozess wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Unter verschärfter Polizeibewachung, denn die Nachricht hat sich schnell rumgesprochen. Zahlreiche Demonstranten versammeln sich vor dem Gerichtsgebäude. Und auch Meinhofs Mitgefangene haben eine klare Meinung, was in der Todesnacht passiert ist. Raspe, Bader und Ensslin nahmen heute dazu Stellung. Raspe sagte, wir glauben, dass Ulrike hingerichtet worden ist. Eine logische Begründung dafür wurde nicht geliefert, auch keine konkreten Anhaltspunkte. Aber die Überraschung der Mitangeklagten über den Tod von Ulrike Meinhof scheint echt gewesen zu sein. Die Angeklagten vermissten einen Abschiedsbrief. Gudrun Ensslin sagte, sie habe noch in der Nacht des Todes Musik aus der Zelle von Ulrike Meinhof gehört. Die Nachricht vom angeblichen Staatsmord stößt in der linken Szene auf offene Ohren. Nach dem Tod von Holger Mainz ist Meinhof für sie das zweite Opfer staatlicher Justizorgane. Protestmärsche und gewaltvolle Ausschreitungen sorgen im In- und Ausland für Unruhen. Am 28. April 1977 wird in Stammheim das Urteil verkündet. Die Angeklagten werden des Mordes in vier und des versuchten Mordes in 34 Fällen schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Verteidigung geht in Revision. Doch bevor das Verfahren in die nächste Instanz gehen kann, wird es keine Angeklagten mehr geben. Es war schon ungewöhnlich. Wir hatten mit fünf Angeklagten begonnen und am Ende, allerdings nach unserem Urteil, war keiner mehr am Leben. Der große RAF-Prozess in Stuttgart-Stammheim ist kein Ruhmesblatt der deutschen Justizgeschichte. Der Rechtsstaat in Bedrängnis gerät an seine Grenzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017